HITRADIO FFH präsentiert die wilde Welt der Alltagstiere. Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython 73 und Echse, eure Tierfluencer! Heyo Leute! Was geht? Gerade beobachten wir für euch ein Tierchen, das viel schlauer ist als alle anderen. Ja, es kann einfach alles, war schon überall und sieht dazu noch am besten aus im ganzen Tierreich. Jo Mann, es geht um den Angehbär. Am besten erkennt ihr einen Angehbär an seinem Großmaul. Aber jetzt mal Real Talk. Der Angehbär fällt öfters mal auf die Schnauze und er riecht echt unangenehm. Ja, denn Eigenlob stinkt. Wer sich auf die Suche nach dem Angehbär macht, für den haben wir noch einen Megatipp. Er steht meistens im Mittelpunkt. Leider ist dieses Tierchen aber extrem unbeliebt. Genauso wie übrigens sein naher Verwandter, der Rechthaarbär. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf MoodTube. See you und denkt dran, reinschauen rentiert sich. Hitradio FFH. Tierisch gut.